Warte, das regelt Sprengmeister Mina. Ey, ich bin bot dafür ausgewildet. Achso, jetzt hast du das. Ja, das ist das Vieh immer noch. Au, das hat mich beschmuckt. Aber das könnten sie eigentlich auch machen, weil gerade in der Expedition kannst du es ja ausprobieren. Da hast du ja unendlich Zeit. Da kannst du, da wirst du irgendwann mal das Monster reiten. Das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Ich mein, ich hab sie ja auch gerade hinbekommen. Komplett weggehauen. Das geht halt mega aufs Gesicht jetzt, ne? Ja. Ist jetzt auch betäubt. Ja, ich hab ja angefangen. Nein, ich hab nicht ja angefangen. Ja, du hast halt ein bisschen geritten, aber es hat halt angefangen, mich zu beschwucken. Ich hab' einfach weglaufen. Mich zu beschwucken. Richtig respektlos. Richtig respektlos. Echt, ey. Dafür kriegst du jetzt erstmal ne, äh, erstmal ne Respektschelle. Na, ich spuck's auch grad zurück, muss meine Spucke ein fettes Jagd holen. Das ist okay. Und wenn man den Schwanz abschneiden kann? Ja, brechen kannst du den, ja. Okay. Okay. Ich brauchte ja seinen Schweig für die Rüstung, als ich mir die bauen wollte. Und da hab ich den immer nur gebrochen. Und das schon bekommen, also... Ich weiß nicht, kann sein, dass man hier noch abschneiden kann, aber hab ich bisher nicht gesehen. Ich weiß nicht, kann sein, dass man hier noch abschneiden kann. Ich hab' den Kenner. Jetzt ist das auch schrieb Schneefuchs gefunden. No, never up. What does a Schneefuchs say? Jetzt kommt ein Bofango raus, oder wat? Völlig. Es dauert so wenig Ausdauer, wenig. Naja, ich hab schon wieder ein bisschen... Oh. Kann ich meine Bombe wieder einpacken? Ich glaub' nicht, nee. Ich wüsste nicht wie, ich kann... Vor allem die Explosion, Alter, ne? Die sieht halt erstmal so aus wie so eine kleine Implosion. Was witzig ist, du kannst jetzt ja auch schmeißen, ne? Das ist, wenn du dein Käfer-Dingens benutzt, die so hoch, die so hoch ziehst mit dem Seilkäfer und dann die Bombe drückst, dann schmeißt du die so nach unten. Also wenn du das hier machst, so nach oben und dann in der Luft... Okay. Ähm, quasi Vieh-Eck drückst, so, ne? Wenn du die Bombe grad ausgewählt hast. In dem Menü. Und dann schmeißt du die so gerade nach unten, das ist mega lustig eigentlich. Aber ich hab bloß grad keinen, um dir das zu zeigen. Ich hab hier so eine Nebelschnecke, wenn du willst. Oder so eine Anaconda. Äh, ich hab auch, ich hab auch, ich hab auch eine Anaconda, willst du dich mal sehen? Ja, hier so ein Schneekäfer. Oder hier so ein Beef-Nerz, der stinkt voll, guck. Hier. Guck mal, wie der stinkt. Ehe, keine Ahnung. Ansonsten hab ich noch Dunk-Bomben. Wo ist er jetzt? Da hinten. Ich krieg jetzt ein paar weiter auf die Schelle. Achso, willst du ihn jetzt töten, ja? Ja, ja, klar. Er hat ja angefangen. Er hat ja verdient, ne? Wer hier anfängt, dich anzuspucken, hat den Tod verdient. Ja. Oh, ich hab ihn aus dem auch angestunken, weil ich das Beef-Nerz hatte. Ups. Er ist jetzt, glaub ich, ganz schön stinkig. Ui. Jetzt konnte er ja auch noch. Ich hab ihn grad angegriffen, sodass man ihn reiten kann. Ich wusste aber nicht, dass es sofort geht. LOL. Was ist das denn? Ich hab mit ihm, ihn angecharged und dadurch... Okay, egal. Geh mal zu, Ross. Ist das dumm? Was ist das für Riecht? Also, ja, finde ich gut, dass man halt so... Ja, ich hab nicht gedacht, dass eine Attacke reicht mit Azurus, dass er dann mountbar ist, weißt du? Weil normalerweise bei den Izuchi-Fili ja auch. Da hab ich ja mehrere gebraucht, auch wenn ich die Solo bekämpfe. Ja, aber die hatten sich gerade schon ein bisschen bekämpft. Achso. Deswegen. Weil das lagen halt die Materialien von ihnen rum. Das lagen sie nicht so gut. Okay. Wie oft lagen sie nicht. Aber das lagen sie das mal weg. Das lagen sie einfach nie. dafür kriegst du jetzt noch auf den sack das leidet ja nicht schon wenn die land bei ihm ist ja noch kein blaues symbol seitdem noch nicht genug gelitten jetzt ist ein blaues symbol auch schon sauge gebrochen botschaft 2 auf dem baum vom fällein lager nein es läuft weg wo soll es sein bei dem fälle im lager naja botschaft 2 ist bei den auf dem baum bei dem verlieben lager ich weiß bis gerade nicht welches lager sowohl das lager ist das wo wir vorhin waren wo wir uns mit denen geprügelt haben ach das lager daran möchte ich mich nicht erinnern weiß die haben angefangen jetzt hätten jetzt noch bomben hättest das wäre mega cool aber das fisch schläft gerade habe ich ja komm her ja ich versuche etwas egal da war ich gleich leicht Komme Hallo Oh Warte Ich habe noch eine kleinere Aber gut, die kleinen explodieren also von selber Hm, die ganz kleinen sind so eine quasi so eine Zündschnur, kann man sich so denken Die zündest du halt automatisch an und dann explodieren die Die kann man halt wirklich dafür nutzen, um die großen halt zum explodieren zu bringen, du kannst aber auch weil du ja in diesem Monstante Teil weil das ja so Ninja mäßig angelehnt ist, hast du ja diese Coolice unendlich, du kannst auch Coolice draufwerfen auf die Bombe, auf die große Theoretisch halt, ne, wenn du mal keine kleinen Bomben hast Ja Dann kannst du auch Coolice werfen, weil die hast du ja eh immer unendlich dabei Haha Wie geil Hast du es grad gar nicht mitbekommen, oder? Hast du es mit dem Coolice getötet, oder was? Nee, ich hatte so einen Schnee Käfer, hab's beworfen, wie so mit Schneeball sieht das so aus und pfft tot Oh Du hast diese Explosionen von diesem Schneeball gesehen quasi, von diesem Schneekäfer und das Vieh war auf einmal tot Ja Richtig dumm Mit einem Coolice wäre noch witziger gewesen, ja Aber ich wollte einfach mit diesem Käfer loswerden, weil ich dachte Ah, ich brauch den eh nicht, bewerf das Vieh jetzt damit Aber ich hab nicht gerechnet damit, also nicht damit gerechnet, dass es stirbt Naja Naja, so ist es halt, ne Na, keine Ausdauer mehr Ach, hier und dann gibt's hier den großen Baum Okay, zwei große Bäume Ich geh auf den Baum und guck mal Ja Ja, auf den Baum ist es Dankes, Hazard Hä? Das war aber nicht Botschaft 2, das war Botschaft Ach doch unten, Randale, Randale 2 ist das Randale 2 Doch in das Nacht sank eine dunkle Wolke herab und löschte alles Licht Während wilde Stürme und Blitze uns heimsuchten Hast du's auch bekommen? Naja Okay Ich hab jetzt grad nicht gesehen, ob du hier oben warst, weil Wer das die Notiz auf hatte Naja, also ich war bei dir oben Ich wollte an dem, kannst du nicht hochlaufen Da oben waren wir, ne Dann waren wir da oben Nein, oh Boah So Pilze sammelt Hier im Laufe ist aber kein Schwert Ähm, ja, ich bin hier auf dem Dach gelandet Frag mich nicht, ob ich das gemacht hab Habe ich schwert Hier ist aber auch nichts Kann man von hier oben irgendwas sehen? Ne, ich bin Roller gefallen Okay 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 Wie ist das? Was denn? Was denn? Was du gesagt hast, siehst du? Ja, ich wollte hier was gucken Hier bei diesen Hundestatüren Hier bei diesen Hundestatüren Das sieht halt so aus, als ob hier auch irgendwo was wäre Das ist wahrscheinlich nicht so Was denn dein Leben fällt Was denn dein Leben fällt Hey, warum sind sie so aggressiv? Hm? Ja, die, die, die Teile greifen mich an Voll aggressiv, die Viecher Die Kleineren Ist aber frech, dass sie dich angreifen Wenn ihr so beide machen, sterben die auch Es wird einfach alles getötet Einfach alles Ja, das hat die Konsequenz, ne Die man da zu tragen hat Ja, ja Wenn die anfangen Nimm die halt, ne Richtig Das ist wie im Real Life So, wenn jemand nicht meiner Meinung ist Dann ja, stirbt halt, ne Ja Voll verständlich Entschuldigung Das ist wie im Grunde Und Sein Das ist wie im Garten so mein rücken tut langsam weh Fragezeichen gesichtet hier ist ein Vieh, was ich noch nicht gesehen habe als Monster was kommt zu dir? der ist gerade oben oben rechts auf der Seite ach so, ja das ist das Vieh, was ich gemacht habe, als du meintest du musst nochmal kurz weg danach können wir Arena-Quests machen das ist von den 3-Sterne-Quests eins der neuen Monster quasi ach so also ich sehe schon was es ist, aber ja ich halt nicht aber ist das nicht so schlimm? na das wirst du schon noch kennen so aber man kann es ja auch sonst hätte ich jetzt töten ich bin lieber die Späder suchen das finde ich wieder ein bisschen interessanter um ehrlich zu sein na dafür lohnt sich halt die Expedition hier, ne? weil du ja endlich Zeit hast ja 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 ich muss nur bald mal äh meine Ration auffüllen geht mir genauso so Sandoragon schreibt hallo bin wieder da hallo wir sammeln gerade ein bisschen äh relikte so pass auf ich probiere mal was aus, ne? ja ich probiere mal was aus, ne? aber ne große bombe wäre interessant, ne? äh what the fack fliegt das mal sagen, wir sind von uns ist igual so wien mal mini so sports neues da oben ist noch so ne Platte das sieht aus als ob man da vielleicht hin das ist mal ne glatze Mann das meinte ich zwar nicht, aber okay sagt da oben hast du so eine Platte nein, ich weiß es, da ist eine Platte nee, man kommt da nicht hoch du kannst sagen, irgendwie hält mich eine unsichtbare Kraft davon ab das hätte ja vielleicht nochmal sein können Pause, Blitz du bist so schnell gelaufen wieder, du wurdest geblitzt nee, ich weiß, das habe ich gemerkt eine Idee wäre wirklich, dass nochmal hier irgendwo eins ist halt in irgendeiner der Stockwerke ja, weil es hier reingeht auch, ne? ja, ja warst du in jedem Stockwerk schon drin? nein vielleicht nicht, ich komme ja noch nicht mal hoch ach so ich bin dafür zu dem nicht nein, ich glaube, ich habe eine Idee nein, ich glaube, ich habe eine Idee ja, oder auch nicht, weil da ist wieder eine unsichtbare Mauer also ich war jetzt ganz oben in den Raum und eins da drunter da war jetzt nix ich war auch nicht ich war auch nicht da in dem hier und in den darüber ich war jetzt auch nicht ok nein, das finde ich wahrscheinlich auch nicht Hier kommt man gar nicht rein, ne? Da muss ja überhaupt nichts tun Ich gehe jetzt einfach kurz so Ja Zum Camp Äh, schnell rein Einmal Sachen abgeben und neue Rationen holen wegen Ausdauer Da ist auch nichts Oh, ich habe auch keine großen Fassbomben mehr Das ist schade Gut Aber ich finde es Aktuell ein bisschen sehr krass Wie schnell die Ausdauer halt wieder runter geht, ne? Naja, das ist mir in der Demo auch schon aufgefallen Dass das ein bisschen Schneller ist Da muss man halt schauen, wie sich das So, wir haben jetzt Wo haben wir denn die 7 her? Äh, die 7 war das, was hinter der Mauer war Mit dem Gebüschen da Wo du die Gebüsche wegschlagen musstest War das nicht die 9? Nein Das war Gebiet Ach nee, Gebiet 7 war das Schreibt er Ja, das war der auf dem Baum, genau Ach, der auf dem Baum war Ja Genau Der ist auf dem Baum Stimmt Ja, ich habe mich gerade verlesen Das heißt, er schrieb Gebiet 7 Nicht, dass es die Botschaft 7 war Nein, ich war ja nur das Camp, ne? Genau Im Grunde, man sagt, wirkt nicht mehr Nein 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 Ah! ich habe was gefunden und zwar nichts bist du nicht stolz auf mich ich bin sehr stolz auf dich hast du schon die eine rutschbahn gefunden ja ja kommen wir dahin wohl glaube ich der bär gerade ist inzwischen fünf bei acht war ja genau genau zu acht diese diese komische körper ist das okay doch körper klar ist ja da geht mich nun ja ja er lässt sich noch als ich gesungen habe und dann sogar dahin geblieben bin jetzt bin ich grad unendlich gefallen also der fallanimation bin aber nicht runtergefallen weil ich irgendwo feststeckte aber dann bin ich plötzlich runtergefallen sah sehr ikonisch aus wie so ein superman flug bloß ein bisschen hilfebedürftiger ja ich komme gerade zu dir wo gehst du denn da hoch da kommen wir nur um müssen wir dahin nö cool und was denn was hast du auch wieder hin wir müssen doch nicht hab nö gesagt komm mit auf mir geht was du komm 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 oh entspann hui hui hua pff bei mir bremst er mir irgendwie ab hab keine ahnung warum es ist verbuckt so ist es ein verbucktes spiel ja typisch Capcom hier auch ein tolles ordentlichen toxisch nur minimal hui hui ja keine ahnung also ich weiß nicht ob wir jetzt weiter suchen wollen oder ob wir noch irgendwas töten wollen oder ob du lieber die Hauptstory weitermachen möchtest mir ist egal ich werde wahrscheinlich nicht mehr so lange machen ja dann lass zum abschluss den Capcom töten damit ich den auch einmal hab ja mit 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 mit